und willkommen zurück zu einer neuen folge skyrim in hübsch und ich habe so lange auch nicht mehr aufgenommen ich weiß nicht mehr was ich machen muss ja fährten der klingen finde brian wolf geschäftliche angelegenheit so dass man das das horn von jürgen ja die nästelfluch in besitz die rot verdienen goldene klaue verschiedenes das haben wir also schon alles gemacht okay dann mache ich hier mal wieder weiter ähm gut wo mussten wir dafür hin waren wir da hier schon nein nicht entdeckt gut ja ich würde sagen dann werde ich mal hier so eine runde reiten gehen denn ja ich werde wohl eine ganze menge entdecken so die frage ist nur wo ist mein da ist mein hottehü gut mein hottehü ist auch hier wie schön ich weiß noch nicht mal ob er das lasst mich raten jemand hat euch eure süßigkeit geklaut wieso gucken achso ach so weil wir naben und so weiter im gesicht haben äh nein haben wir irgendwelche nein gut alles ist so gut flusswald ist schon ganz in ordnung für ein dorf der nord gut hier gibt es eine schönheit die im ganz himmelsrand ihres gleichen sucht das steht fest ich zeige euch was ich weiß ja ich möchte in schießen unterrichtet werden ja ach jetzt habe ich kein geld mehr dafür egal ach darum kümmere ich mich jetzt nicht mehr hilde ne gehen wir eine runde auspferd unten laufen wir eine runde oh liegt hier noch ein drach herum wieso liegen die immer an den unglücklichsten stellen und wieso verschwinden die nicht einfach ist das vielleicht in irgendeinem mod oder so ich weiß es nicht auf jeden fall sieht das ganze hier gar nicht mal so schlecht aus weil ich merke irgendwie wie ich richtig richtig schlechte frames habe äh 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 ist eigentlich alles okay okay hallo hm keine ahnung gut wir laufen hier glaube ich schon mal den falschen Weg entlang Aber wir können uns vielleicht auch mal... Magierstein, Kriegerstein und Diebesstein... Nee. Komm, wir suchen uns keinen anderen Stein aus. Aber wir könnten mal... Was ist zum Beispiel hier? Boah, ich werde so stark wieder abgelenkt. Was kannst du mir denn sagen? Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Meine Wilderei tut doch nicht... Werft einen Blick darauf. So. So. Einen kleinen Wolfspelz könnte ich mir... Auf Wiedersehen. Genügen. Ach, das Tue kann ich nur... Das kann ich alles nur stehlen. Hm. Dann geht's weiter. Komm. Pferdchen. Hottehü. Laufen wir mal weiter Richtung... Wo wir auch immer hin müssen. Aber... Hallo. Nicht auf dein Pferd. Ich würde gerne hier irgendwo eine Straße haben. Oder irgendwie sowas. Wo ich dann auch weiß, wo ich hin muss. Ja. Ich bin natürlich auf dem falschen Weg gelaufen und dadurch abgewogen von der Straße. Ich wollte nämlich eigentlich noch so ein paar Orte erkunden. Aber, ähm... Ja, das war's jetzt. Mit den Orten erkunden. Schade drum. Hm. Bleiben wir mal unten am Wasser. Ah, hier haben wir schon einen schönen Weg. Hier muss doch irgendwas sein. Wart mal. Der südliche Bärenpass. Nein, ich gehe da jetzt nicht durch. Ach ja. Ich laufe einfach mal hier hoch. Irgendwie werde ich das schon hinbekommen. Genau. Und dann hier weiter. So, unten ist hier noch eine Burg. Cool. Vielleicht... Ups. Gibt es hier noch was zu entdecken? Yeah. Also das... Gebagge. Das ist schon ziemlich heftig. Lass mal absteigen und gucken, was es hier so gibt. Hallo? Hm. Du bist schon da. Gut. So. Illiniors Tiefe. Geht auch? Nein. Okay, scheinbar geht es nur hier vorne rein. Und da war ein Krabbe. Der hat mich gesehen. Aber ich will jetzt eigentlich keine... Pfeile verstecken. Äh, verschwenden. Also gehen wir mal in Iniruors Tiefe. Und... Ich weiß direkt, was ich machen werde. Ich werde hier speichern. Wenn ich speichern kann. Okay. Okay. Also... Bei mir sieht das gerade so richtig nach einem richtig heftigen Anzeigefehler aus. Ich habe komplette Streifen. Überall. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ne, ihr seht das nicht. Aber... Naja. Ich muss einfach dann wohl nach dem... Oh, ich habe wirklich einen heftigen Anzeigefehler. Ja. Ne, auf dem... Auf meinem Aufnahmegereit selber kann ich jetzt auch nicht spielen. Ja, dann muss ich die Folge hier durch. Und dann in der nächsten Folge mal gucken. Was da so... War... Doppplatten? Nein. Feuer. Feuerskelett. Totenschelle. Ne. Das ist ja richtig... Das ist ja richtig... Huh. Was? Was? Oh. Hallo. ein steil bahn der nordachs so sieht ja noch auf dem dienst noch besser aus so da irgendwas eisendolch brauche jetzt auch nicht sack säge ne ne wie viele bücher es hier gibt mal wieder noch mehr salz sack eisenerz seelensteinfragment und ein holzteller brauche ich nicht ein balsamierungswerkzeuge ein seelensteinfragment nein ich möchte mich nicht hinsetzen so hier haben wir auch nichts mehr das müsste nein keine druckplatte ok menschliches herz ja wieso nicht als bei ein balsamierungswerkzeug nein beschädigt das buch braucht man auch nicht so unbedingt was war das genade hallo ich bin eine rücksichtslose assassine und ihr wolltet mich umbringen was soll ich hier gnade erweisen nehmen steak so ein ei ein bisschen gold da haben wir ja so genügend so hier haben wir auch nichts gut warte 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 jetzt bin ich gerade etwas verwirrt so wir müssen da oder müssen wir hier rein ich öffne einfach mal den holz ah dann gehe ich erstes mal hier rein den hätte ich gar nicht gesehen den hätte ich überhaupt nicht gesehen ein bisschen brot kann man immer mitnehmen skelett hat nur eine nordstreit ist dabei ne geringer ausdauer wasser gesundheit generation nö sonst haben wir hier nicht viel es ist ja wirklich nicht ich hätte ja noch ein skelett an naja mal gucken es sieht aber nicht sehr feierlich aus naja wo haben wir hier jetzt noch was ist da jemand oh mein gott hier drüben naja aua hey so oh verdammt nochmal ja ich bin wirklich scheiße muss ich sagen schneebären totenbeschwererrohr habe ich schon gift gesundheitsdenken ok ok durchsuchen wolfspelz geil so schleichen wir mal wieder schleichen wir mal wieder und gucken wir mal was wir hier so finden puhr gold kleiner seelenstein ja ich weiß jetzt dummerweise nicht was ich habe ich es so habe weil ich es nicht lesen kann ne ne und das skelett ein paar pfeile aber sonst ist auch nicht viel dabei so gut dann speichern wir hier nochmal kurz ja und weiter geht's Aua Eisenschild brauch ich nicht ich bräuchte mal eine bessere Sicht und kein Blut auf der Linse das ist gerade ziemlich ziemlich nervend boah ich frag mich jetzt bestimmt nur die halbe Folge über dieses scheiß mein scheiß Grafik back auf Aua habt ihr etwas gehört? ja wir kommen wir kommen Puh Aua 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 kritischer Schaden Robe der Zerstörung nehme ich auch einfach mal mit Eisendolch Stiefel yeah ja zieh dich aus für mich Baby oh mein Gott wow das ist schlecht wo sind meine Tränke was ist jetzt der der jetzt muss ich da drauf gucken oder oder Heilung hallo war das der nein das war der falsche nein das war auch der falsche das war der gut das war der das war der das war der jetzt das war der aber das war die der du Komm her. Oh, scheiße. Aua. Oh. Au. Uppsala. Naja, das war scheiße. So richtig scheiße. Aber ich würde sagen, damit beenden wir mal hier die Folge. Ja, und ich werde dann mal kurz neu starten, damit alles wieder so schön aussieht, wie es vorher aussah. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.